Der 21-jährige Maschinengefreite Johann Süß handelte sich viele Disziplinarstrafen ein, weil er sich nicht der militärischen Disziplin unterordnete. Am 10. Mai 1945, zwei Tage nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht, verhandelte ein Kriegsgericht gegen ihn. Er wurde wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und am 11. Mai um 6.55 Uhr erschossen. Mindestens 22.000 Menschen, deutsche Soldaten und Angehörige des Widerstandes im besetzten Europa wurden nach Urteilen der deutschen Militärjustiz hingerichtet. Untertitelung des ZDF, 2020